Ich muss da sagen, ich bin ja eigentlich auch glücklicher Mieter. Also so einen Garten zu haben und sich um so ein Haus zu kümmern und den Garten zu pflegen, das hat schon Scham. Man hat sowas für sich, das ist so die eigene Scholle. Da investiert man so rein und da kann man so sein und so. Und ja, ich muss sagen, der Gedanke ist in den letzten Jahren irgendwie reizvoller für mich geworden, als er sonst war. Aber ich bin echt Happy Mieter. Mieter in Deutschland, wir haben natürlich auch im internationalen Vergleich haben wir natürlich ein Top-Mietrecht. Auch wenn da natürlich einiges im Argen liegt, kommt auch auf die Stadt an, wo man ist, was da für eine Lage ist am Markt und so. Aber grundsätzlich im internationalen Vergleich, wir haben einfach wirklich, der Mieter hat in Deutschland schon viele Pluspunkte, viele Vorteile. Und ich sehe die Miete nicht nur so als Miete für die Quadratmeter, die man da in irgendeinem Haus mietet, sondern Miete ist natürlich auch so ein bisschen, das ist wie so eine Art Servicegebühr für Sorglosigkeit. Das ist vielleicht was anderes, wenn du bei einem Privatmieter mietest und dich mit dem streiten musst oder dich mit dem streitest über bestimmte Sachen und so, was er zu tun hätte angeblich oder auch nicht. Aber wenn du bei so einer Hausverwaltung bist oder bei einer Wohnungsgenossenschaft, ist es natürlich ganz Luxus und so, ganz top. Aber wenn irgendwas ist in der Wohnung, es ist wie eine Servicegebühr für Sorglosigkeit, dann rufe ich die Verwaltung an. Hier Spülknopf Verwaltung, keine Ahnung, Mülltonnen zu klein, Verwaltung anrufen. Und die regeln das für mich. Und sobald ich natürlich nur ein Haus habe, stellen sich ganz andere Fragen. Klar, man ist auch in so einem Projekt, man ist so zuständig dafür und irgendwie das hat alles seinen Reiz. Aber ich bin ein und für sich Happy Mieter, der gerne seine Servicegebühr zahlt für die Wohnung und alles wird mir so auch ein Stück weit abgenommen. Das ist, aber das ist eben very German irgendwie. Das gibt es in wenig anderen Ländern, dass der Vermieter an und für sich, dass der Mieter an und für sich ganz gut dasteht. Ja. Baugrund ist teuer. In Essen liegt der Baugrund bei 2.500 Euro. Das ist dann wahrscheinlich so ein Schnitt, ne? Da werden 1.200 Quadratmeter Baugrund ganz fix zum Vermögen. Ja, diese ganzen Berechnungen von wegen, ab wann ist man auch reich oder im Verhältnis, ne? Armut und Reichtum ist ja auch immer relativ und so. Ab wann ist man eigentlich reich? Also in München mit 4.000 brutto oder 5.000 brutto gehört man noch nicht so. Was die Wohnsituation angeht, natürlich noch nicht. Äh, so ganz, äh, ist man noch nicht ganz oben angekommen, ne? Das ist einfach so. Oder viele mit so einem Einfamilienhaus im Speckgürtel von Stuttgart. Kriegst du auch eine Million für, wenn du es verkaufst, ne? Wenn du es verkaufst, ne? Aber relativ gesehen dann in der Ecke, äh, super reich bist du noch nicht, ne? Also zur Quanten-Familie gehörst du damit noch nicht, ne? Aber es passt schon. Kuss an alle Stuttgarter Hausbesitzer. Zur Corona-Zeit ist das eigene Heim mit Garten sehr begehrt geworden. Ja, tatsächlich, ne? Das hat man aber auch aus vielen Ländern gehört. Es gab eine regelrechte Flucht der Leute aus Paris. Äh, eine regelrechte Flucht, äh, von den Familien auch. Gerade mit Kindern in der Corona-Zeit und so. Und auch in Deutschland, ne? Das ist also raus in den Speckgürtel oder noch über den Speckgürtel hinaus. Aber ich glaube, insgesamt bleibt es bei dem Trend, würde ich sagen, äh, Corona-Zeit jetzt hin oder her, mit diesen Bewegungen da am Wohnmarkt. Ähm, ich glaube, es bleibt dabei, die Leute kommen in die Stadt, weil kurze Wege, äh, da sind auch die Jobs, da, das ist einfach, ähm, deswegen, ich glaube, der Zuzug in die Städte, das wird auch so bleiben, ne? Und wenn ich mich an so Reportagen zu Untersuchungen erinnere, hier, ähm, Entwicklungen, äh, von Gesellschaften, in der Stadt ist eben dann doch, da sind die Kontakte, da ist das Geld, da ist die Bildung, da ist das Entertainment, ähm, da ist, äh, die Städte sind die Motoren für den Wohlstand in der Welt und so. Ähm, mit allem Licht und Schatten, das ist mir klar, aber ich glaube, es, dieser, dieser Run auf die Städte wird weiter anhalten, auch wenn es bei Corona so ein paar Gegenbewegungen gab, das glaube ich schon. Dolmus mag essen, Kekse, Schokolade und so weiter, ja, Dolmus. Ich hab hier leider wieder nur ne Coke Zero, ich, im Stream ess ich ja immer, aber ist immer, oh, ich hätte, solltet ihr im Stream mal mehr essen eigentlich, ein bisschen, mir war auch ein bisschen so ein Keks mal, ich will doch auf Carbs verzichten, bloß keine Kekse. Kekse sind, sind, sind Gift in meiner Bauchspeicheldrüse. Ich bin ein bisschen weg von Carbs, aber wenn ich das hier im Chat so lese, oh, 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 oh. Einige Städte werden sich zu Tode Gentrifizieren Ja, wobei Diese Gentrifikation Man sieht das natürlich an so Hotspots Ist klar Aber dass natürlich Städte Auch gewissen Umwälzungen Unterworfen sind Heute ist das so Wir nehmen das so wahr, weil das alles So im Turbo Gang abläuft Aber dass Städte, Stadtviertel sich auch Verändern und so Und auch sich Bestimmte Stadtviertel auch mal sich im Charakter verändern Das gab es glaube ich auch schon immer Aber heute ist eben alles so im Turbo Gang Medienkonsum durch Social Media Und auch Gentrifizierung und so In den großen Städten ist alles so Turbo, ist alles so im Turbo Turbo, Turbo, Turbo Wenn Homeoffice möglich sein soll Würde das die Metropolen Entlasten Ja Homeoffice ist ja auch gut und so Ist ja alles Also Homeoffice an ein paar Tagen die Woche Würde auf jeden Fall das Pendeln Ob jetzt mit dem Auto oder mit der Bahn in die Stadt Würde wahrscheinlich das so ein bisschen eingrenzen Aber nur Homeoffice ist ja auch für die wenigsten Optionen Menschen wollen auch Kontakte haben Und wollen die Kollegen treffen Und wollen mal jemanden aus der anderen Abteilung Über den Weg laufen und die Köpfe zusammenstecken und so Aber tageweise Das auf jeden Fall Kekse So Nimmt uns jetzt mal der Luxusimmobilienmakler hier mit In seine Bude Würde